Was geht ab, meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und ihr fragt euch jetzt ganz bestimmt, boah, wir haben 18 Uhr und du drehst noch ein Video oder 19 Uhr, je nachdem wann dieses Video online kommt. Ja, und zwar wird es zukünftig öfters mal unter der Woche nochmal so ein kleines News-Update-Video geben dazu, was so im Endeffekt momentan so ein bisschen in der News-Lage los ist. Früh in den Videos komme ich ehrlich gesagt nicht immer dazu, dass ich sagen kann, ey, wir gehen hier mal alle News durch. Deswegen wird es zukünftig, ich weiß nicht, ob es jeden Tag kommt, immer wenn halt irgendwie ein paar wichtige News gesammelt sind, dann werde ich die ein bisschen raushauen und mit euch das Wichtigste besprechen, nochmal kurz auf den Chart gucken. Und ansonsten gibt es von meiner Seite eigentlich da wenig zu sagen. Ich würde nämlich sagen, wir starten direkt durch, Like da lassen, Abo da lassen und Telegram-Gruppe joinen. Natürlich, ihr kennt das Spiel wie immer, Freunde. Und gehen wir dann mal gleich die ersten News durch und zwar wackelt mal wieder Binance. Wie immer, ne, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal ein Video drüber gemacht, ich glaube vor zwei Wochen, ist aber im Endeffekt nicht so schlimm, wie die News im Endeffekt auch so sagt. Krypto-Börse-Binance wackelt, droht nach FTX, hier saß da der nächste Crash. Ich würde nicht behaupten, dass das, wir hatten das vor zwei Wochen komplett darüber besprochen, es geht hier einfach nur in diesem Artikel darum, dass im Endeffekt der Krypto- und Spot-Handel, dass der Anteil gesunken ist und sowas, ist aber auch alles ganz gut. Man muss hier nicht reißerische Überschriften oder sonst was machen. Übrigens, ich kann nichts für diese Werbung hier, also muss mir mal einen Ad-Blogger besorgen. Ähm, ja, das wollte ich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese News sind ein bisschen rumgegeistert oder sind auch bei uns in der Gruppe ein bisschen rumgegeistert. Deswegen hier im Endeffekt geht es hier nur um die Marktanteile und man muss dazu sagen, seid froh, wenn Binance nicht mehr so viele Marktanteile hat, weil dann wird irgendwann das FAT oder der FAT immer, immer weniger werden für uns und wir müssen uns vielleicht weniger Gedanken machen, sollte es wirklich mal dazu kommen, dass Binance hier hops geht, was ich derzeit einfach nicht glaube. Gehen wir rüber zu den nächsten News gleich und zwar JetGPT-Erfinder. Bitcoin ist eine lebenswichtige globale Währung. Das hat, äh, ja, Sam Altman in Joe Rogans, ich weiß nicht, wer den Podcast hört, ähm, gesagt. Er ist aber auch ein bisschen beunruhigt darüber, wie im Endeffekt die USA darüber handhaben und, ja, wie die USA im Endeffekt auch, äh, sich verhalten darüber. Aber natürlich, das sagt natürlich auch der Mann, der mit WorldCoin einen eigenen Coin an der Hand hat wiederum, dessen Coin absolut miserabel beformt und absolut komische, äh, ja, Zahlen auch aufweist. Ich glaube, da sind gerade mal ein Prozent der kompletten Supply überhaupt auf dem Markt. Also für mich eher wieder so ein bisschen Werbung natürlich, die ganze Sache mit USA, die wollen auch ihre CBDCs runterbringen, aber ist alles nicht meiner Meinung. Nach so dramatisch. Dafür aber, Ethereum Foundation just sold millions in Ethereum before price made another drop. Nachdem letzte Woche der Futures ETF bei, äh, Ethereum gelauncht wurde, ging der Preis komplett nach unten und wir schauen mal hier ganz kurz auf den Chart nämlich hinaus. Wir hatten jetzt gerade wieder eben diesen Dump in Richtung 1.570, das war ja so unsere Zielmarke. Und seitdem dieser ETF gelauncht wurde, wieder perfekt die News im Endeffekt gekoppelt und seit er gelauncht wurde, ging es hier in der Spitze 10% nach unten. Und jetzt gleichzeitig eben, nachdem diese News heute bekannt wurden, dass die Ethereum Foundation hier 1.700 Ethereum verkauft hat, ging der Kurs gleich nochmal etwas mehr zurück und hat jetzt unsere Zielmarke erreicht. Also auch hier in diesen Tagesausblicken, beziehungsweise in diesen ganzen News, die wir hier immer mal so ein bisschen besprechen wollen, schauen wir uns natürlich auch immer nochmal ein bisschen die Charts an. Support ist hier gegeben, aber ob das hier wirklich reicht, meiner Meinung nach, wage ich zu bezweifeln. Nachdem diese ganze Marktsituation momentan, wir haben wenig News, die News, die jetzt aber kommen mit Israel, mit Gaza etc. pp., was da drüben im Nahen Osten derzeit los ist, könnte das wirklich noch für ein Blutbad in den Märkten sorgen. Und warum ist das so? Auch das, wenn wir uns das nochmal angucken. Und zwar, ja, wie gesagt, Nahen Osten, jeder kriegt es mit, jeder kriegt es in den News mit. USA auch schon wieder so ein bisschen involviert in die ganze Geschichte, was da drüben abläuft und so liefert schon wieder Waffen und hat dabei selber kaum Waffen. Weil das wurde nämlich gerade erst gepostet, beziehungsweise hier von Walter Bloomberg, die USA haben sich nach der Bewaffnung der Ukraine nur langsam aufgefüllt, sagt McCarthy. Im Zusammenhang damit, dass natürlich Israel auch noch ein bisschen mehr Waffen wollen. Und gleichzeitig kommt jetzt auch noch dazu, auch ein interessanter Aspekt, der hier auf Twitter gepostet wurde von, was weiß ich was, von wem das ist, da sich die geopolitischen Spannungen jetzt im Nahen Osten ausbreiten, werden die Ölpreise wahrscheinlich noch weiter einsteigen. Das ist natürlich klar. Ölpreis, kann man sich daran erinnern, ging vor ein paar Wochen wieder deutlich runter oder die ganze Zeit, hat dann eine leichte Erholung geführt, jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Und genau das könnte jetzt im Endeffekt hier die komplette Recovery sein. In der Zwischenscheid haben die USA oder die Reserven, die S-R-P oder S-P-R, ja, haben die S-P-R-Reserven, also die Ölreserven in den USA noch 17 Tage Versorgung. Ihre niedrigste in der Geschichte. Dies ist etwa die Hälfte des historischen Durchschnitts von 33 Tagen aus dem Jahr 1990. Darüber hinaus bekräftigte die OPEC diese Woche ihr Engagement für freiwillige Produktionskürzungen pro Tag von über 1,5 Millionen Barrel, während die russischen Rohölexporte begrenzt sind und sich die größten Ölproduzenten der Welt im Krieg befinden. Es gab noch nie einen schlechteren Zeitpunkt, um einen erschöpften S-P-R zu haben. Und genau das ist der Punkt. USA hat sehr, sehr wenig Ölreserven noch, beziehungsweise ja, Ölreserven. Die Produktion wird gedrosselt. Wir haben jetzt Krieg im Nahen Osten. Der Nahe Osten beliefert quasi die ganze Welt mit Öl, jetzt mal abgesehen von Russland und natürlich den USA. Und das könnte im Endeffekt noch für ganz, ganz große Spannungen nicht nur geopolitisch, sondern für die ganze Welt bedeuten. Der Rohölpreis könnte extrem steigen. Das wiederum könnte wiederum die Inflation komplett skyrocketen bedeuten. Das sind alles so Punkte. Dann hat die USA ihr Waffenarsenal nicht mehr so aufgefrischt, wie es McAfee eben gerade gesagt hat. Also da könnte eine Menge noch auf uns zukommen. Und das Ganze, was diese Woche noch wirtschaftlich im Endeffekt passiert, wir haben darüber gesprochen im Marktausblick, EPI-Daten am Mittwoch und am Donnerstag eben die VPI-Daten könnten da komplett in den Hintergrund geraten. Weil sollte diese ganze Sache hier im Iran und sonst was noch viel, viel mehr eskalieren, Öl wird immer knapper, Öl wird immer scheiße teuer, wir haben eine Inflation, dann könnte das einerseits dazu führen und deswegen auch dieser Videotitel, Blutbad am Kryptomarkt, dass der komplette Kryptomarkt erst einmal ein bisschen ausblutet. Und nicht nur der Kryptomarkt, auch die Stockmärkte. Und dann, Ding hat es immer geteilt, Lens, Lens, Nex, egal, in der Telegram-Gruppe, dann könnte auch der DXY, also der US-Dollar, wirklich einen kompletten Shit nach vorne machen. Natürlich alles kurzfristiger Natur, je nachdem, wie sich die ganze Sache hier weiterentwickelt, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ein starker US-Dollar. Und wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, mit einem FIP-Level würde es sehr, sehr gut passen, eben hier oben diese Schnittstelle 109. Sollte sich das weiter eskalieren da drüben, könnte einerseits natürlich der US-Dollar steigen, auch hier mit Petrodollar etc. pp. Auch wenn der Nahe Osten es immer, immer weniger nutzt, muss man auch dazu sagen, ist ja auch schon bestätigt, könnte das für den US-Dollar komplett moon bedeuten, zumindest kurzfristig, Inflation daraufhin wieder ansteigend, aber auch potenzielles Geldgedrucker. Also diese ganze Sache geopolitisch, was da drüben Auswirkungen hat, mit dem Öl, mit steigender Inflation, mit möglichen Geldgedrucker, weil die USA wieder Waffen braucht. Weil wenn wir da drüben jetzt wieder einen kompletten Krieg haben, dann ziehen die natürlich noch mehr Waffen darüber und Panzer, was weiß ich was, wie sich die ganze Sache mit dem Iran und sowas da drüben noch verspekuliert. Und sind das alles so Spekulationen, die müssen wir jetzt einfach derzeit ein bisschen in Betracht halten. Wir hatten beim letzten Halving oder kurz vorm Halving damals den Corona-Crash. Möglichkeit, dass möglicherweise ein Kriegs-Crash wiederkommt. Wir hatten es bei Ukraine auch einen ordentlichen Abfall. Warum sollte dann Bitcoin nicht dieses unnötige Gap hier in diesem Bereich möglicherweise bei ungefähr 20.000 US-Dollar nochmal füllen, und dann erst wirklich mit einem crashenden US-Dollar, weil er immer, immer weniger wert wird, würde natürlich auch Gold davon profitieren. Bin immer noch ein Fan, neben Bitcoin natürlich auch von Gold, dass das bedeuten würde, man geht von den scheiß US-Dollar in nachhaltige Assets wie Gold, wie Bitcoin etc. pp. Gerne mal eure Meinungen dazu schreiben. Ansonsten die Newslage sehr, sehr dünn. Ist vielleicht auch ganz gut. Wie gesagt, es gibt momentan wichtigere News, was da drüben abläuft, wie viele Menschen da schon wieder unnötig im Endeffekt sterben, für was weiß ich was. Müssen wir jetzt die Diskussion nicht weiter ausführen. Aber gerne mal eure Meinung dazu in den Chat, beziehungsweise unten in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, diese ganze Geschichte im Nahen Osten sollte sich das Ganze weiter ausweiten? Weniger Öl USA, USA braucht mehr Kohle, USA druckt möglicherweise mehr Kohle, Dollar erst Moon und dann kompletter Crash, was dann wiederum für billiges Geld an den Märkten sorgen würde. Die Märkte dann komplett recovern und wir dann den Start in den Bullrun kriegen. Ist das möglicherweise der Auslöser? Oder kompletter Kollaps, komplettes Blutbad mit einem kompletten Krieg im Nahen Osten. Gerne mal unten reinschreiben. Ich weiß, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein ernstes Thema. Deswegen behandeln wir es hier. Und ja, schreibt eure Meinung unten rein. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Wir werden, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jeden Tag kommt, aber vielleicht mal alle zwei Tage, einfach mal die wichtigsten News, Meinungen etc. besprechen. Und dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen früh zum Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.